Freunde, es tut mir so leid, euch das mitzuteilen, aber ich hatte ein Problem mit dem Schneideprogramm und das ist mir nicht aufgefallen, weil ich kontrolliere immer das Video, also direkt danach, wenn ich fertig bin, zu schneiden. Und da ich eine Datei verloren habe, also schrieb er mir hin, Datei nicht gefunden, also einige Dateien wurden nicht gefunden, also die Datei, die verloren ging, habe ich dann aus dem Video rausgenommen, also weil das muss man manuell machen. Und dann, als das Video schon hochgeladen hat, habe ich nochmal kontrolliert und dann ist mir erst aufgefallen, dass die ganze Musik, die ganzen Cuts weg sind. Und jetzt probiere ich noch einmal, das fertig geschnittene Video nochmal, also auf YouTube zu passen und das bekommt ihr dann morgen und das verspreche ich euch, Freunde, morgen oder allerspätestens am Montag kommt das Video. Also das fertig geschnittene Video, es tut mir so leid, Freunde, es ist nicht mein Fehler, dass der Schneideprogramm einfach die ganze Musik weggenommen hat und es tut mir so leid, Freunde. Ich kann es leider nicht ändern und dann lasse ich heute einfach so als, ja, weil ich hatte ja gesagt, Sonntag kommt das Video, ist es einfach jetzt angekattet und morgen dann das fertig geschnittene Video. Und ich danke euch aber jetzt schon für 5 Likes und über 20 Aufrufe, Freunde, krass, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Morgen dann noch einmal wieder einschalten, bitte, es tut mir wirklich so leid, Freunde, also, ja, wie gesagt, einschalten morgen, Freunde. Und dann wünsche ich euch noch, ja, schönen Tag oder schöne Nacht, gute Nacht, Peace.